Bei einer Parallelverschiebung einen Vektor zu zeichnen und damit Bild und Urpunkt zu finden, das ist relativ einfach. Schwierig wird es, wenn man es selbst berechnen soll, ohne Zeichnung. Wie das funktioniert, wie ich Bild und Urpunkte berechnen kann, das werde ich euch jetzt zeichnen und wir werden trotzdem kurz zeichnen. Bei der Aufgabe auf dieser Seite ist der Urpunkt gegeben und ein Vektor ist gegeben. Das soll dann dazu führen, dass man auf den Punkt A' kommt. Wie berechnet man das? Wir schauen es uns zunächst erstmal ganz in der Zeichnung an. Das heißt, wir zeichnen uns den Punkt A am besten erstmal ein und überlegen uns dann, wie kommen wir von diesem Punkt A jetzt zu unserem Punkt A'. Wir bekommen das hin, indem wir den Vektor mit verrechnen. In dem Fall 4 nach rechts und 2 nach oben. Damit komme ich meinem Punkt A' näher. Oder dahin komme ich dann zu meinem Punkt A'. Wie komme ich da rechnerisch drauf? Schauen wir uns den x-Wert an. Der x-Wert ist hier minus 2 und zu diesem x-Wert kommen 4 Schritte hinzu, also 4 Längeneinheiten hinzu. Warum? Weil die x-Koordinate des Vektors 4 ist. Also lautet die Rechnung für die x-Koordinate von minus 1 zu meiner y-Koordinate von Punkt A' will, dann muss ich doch Grad plus 2 rechnen, weil meine y-Koordinate plus 2 ist. Also lautet die Rechnung dafür minus 1 plus 2 und damit kann ich meinen Punkt sogar berechnen. Ich hätte mir diese Zeichnung hier sparen können. Minus 2 plus 4 für die x-Koordinate, minus 1 plus 2 für die y-Koordinate. Schauen wir uns das Ganze an, wenn es andersrum ist, wenn der Punkt B' gegeben ist. Also der Bildpunkt, ich zeichne ihn wieder mal ein, minus 2 und 3 ist mein Punkt B'. Und jetzt ist die Frage, wo ist jetzt mein Punkt B? Und der Punkt B lässt sich jetzt ja nicht finden, indem ich 4 nach links und 2 nach unten gehe. Das Problem ist nämlich, dass das der Vektor ist, mit dem wir dort gelandet sind. Also irgendwie kommt dieser Pfeil so nach oben. Aber was machen wir denn dann, um es in die andere Richtung zu kriegen? Klar, der Gegenvektor. Um in die andere Richtung, also wieder zum Urpunkt zurückzukommen, müssen wir einfach den Gegenvektor verwenden. In dem Fall nicht minus 4, sondern wir gehen 4 nach rechts plus 4 und dann nicht 2 nach oben, sondern Gegenvektor 2 nach unten bei der y-Koordinate. Die Rechnung lautet wie folgt. Minus 2 war die x-Koordinate von B' und wenn ich dann zu meinem Punkt B will, muss ich Gegenvektor plus 4 rechnen. Minus 2 plus 4. Und das gleiche mache ich mit der y-Koordinate. 3, in dem Fall Gegenvektor, minus 2 lautet die Rechnung. Und so komme ich zu meinen Koordinaten von B. In dem Fall zufälligerweise auch 2,1. Ich muss mir also immer nur überlegen, nehme ich den Vektor, weil ich zum Bildpunkt will, oder nehme ich den Gegenvektor, weil ich zurück zum Urpunkt will. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mit Vektor und gegebenen Punkt immer den jeweiligen anderen Punkt berechnen. Viel Erfolg in der nächsten Stunde. Tschüss!